Das macht so eine Katze gerne. Fällt auf Watson! Jetzt! Du wolltest nicht auch ein bisschen aufs Sofa kommen? Komm doch ein bisschen! Kein Sinn! Du äh... Willst du nicht aufs Sofa sitzen? Das ist gut. Das ist bequem. Die Adresse für die Lieferung angeben. Das ist natürlich für mich ein super Gelegenheit, das ich mit euch hier habe. Wenn ich 20 Stück habe, dann schiebe ich 20 Stück auf. Wenn ich mit dem Schreiber... Nicht mehr. Endlich! Hoi! Wieso? Wieso? Oh! Jetzt hätten wir es doch so schön gehabt. Ich will raus. Wir sind gerade raus. Ich will raus. Okay! Dann gehen wir wieder raus. Zwei Watt. Ähm... Dann komme ich wieder. Okay. Man sagt immer, ich soll mir mehr Mühe geben. Dann geben wir mehr Mühe. Dann geht es aber länger. Dann ist es auch wieder in der Rechte, wenn es irgendwie länger geht. Also gebe ich mir irgendwie eine Mischung. Ich versuche es so schnell zu machen. Aber gleich... Du, geht es? Mhm. Erzähl noch weiter. Und dann... Okay. Was ist das? Ein Geschenk. Merci vielmals. Merci Schnettel. Was ist es? Ein abgehackter Film. Und wieso ist der so verdrückt? Ein bisschen drauf rumgekehrt. Oh... Ja... Merci vielmals. Das ist also... Uh... Das ist wirklich... Mega Gute. Ich nehme das Wechselspiel vom einen zum anderen. Und dann... Manchmal geht es hoch, manchmal geht es ab. Aber eigentlich steht schlussendlich die ganze Welt auf. Je nachdem, was du machst, kann sich das einfach entwickeln und... Das ist nicht aber so schwierig, Herr. Das stimmt. Das stimmt.